Du bist in Schwierigkeiten, Jack. Du schuldest üblen Typen eine Menge Geld. Aber ich habe die Lösung für dein kleines Problem. Ein Renn, 3000 Meilen von San Francisco nach New York. 200 der weltbesten Fahrer. Der Sieger kriegt 25 Millionen. Und wenn ich verliere? Dann bist du erledigt. Das ist ein Renn. Das ist ein Renn. Das ist ein Renn. Das ist ein Renn. Das ist ein Renn.